Hallo, heute gibt es ein ganz kurzes Video und zwar häufen sich so langsam immer die Fragen, da wir schon relativ viele Leute inzwischen auf diesem Kanal sind. Also ein herzliches Willkommen an alle, die ziemlich neu dabei sind. Schön, dass ihr hier seid. Und da viele interessante Fragen immer dabei sind und ich es teilweise schade finde, dass ich die nur eins zu eins beantworten kann und ihr wirklich anregende Fragen stellt, dachte ich mir, mache ich mal ein Q&A, ein Frage-Antwort-Video. Und ihr könnt einfach alle Fragen in den Kommentaren lassen, die euch so interessieren. Müssen jetzt auch nicht alles irgendwie hochinteressante Fragen sein, sondern alles, was euch einfach mal so durch den Kopf geflogen ist, wenn ihr meine Videos schaut. Und kann zu den Videos direkt sein, kann zu DIYs sein, kann zu meiner Inspiration sein, zu was auch immer, kann auch zu mir sein als Person. Natürlich behalte ich mir da vor, jetzt bei den persönlichen Fragen vor allem dann nochmal individuell zu entscheiden, ob ich es beantworten möchte oder nicht, aber ich denke mal, das versteht ihr auch. Und ja, ihr könnt mich auch bei Facebook oder bei Instagram erreichen und mir da eure Fragen schicken. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, ein bisschen mehr in Austausch mit euch zu kommen, weil das ist ja YouTube einfach, dieser Austausch. Und ja, deswegen freue ich mich auf eure Fragen und ja, bis zum nächsten Mal. Und für alle, die diese Brille wundert, das ist kein neues Trendaccessoire oder sonstiges. Ich habe sie auch nicht neu, ich bin ganz normal Brillenträger und trage eigentlich draußen außerhalb des Hauses immer eine Brille. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich könnte mich auch mal mit Brille vor die Kamera setzen. Ja, deswegen gibt es mich heute mal mit Brille. Ja, ich bin ganz normal. Ja, ich bin ganz normal. 捷